Der, der da so rumbrüllt, das ist unser Affe Alfred. Der Alfred, der hat eine ganz schön dicke Beule am Kopf. Wie das passiert ist und was das alles mit Wissensmanagement zu tun hat, das schauen wir uns jetzt mal an. In den 1960er Jahren untersuchten verschiedene Verhaltensforscher das Sozialverhalten junger Rhesusaffen. An einem dieser Experimente nahm auch Alfred teil. In einem Käfig wurden fünf Affen platziert. In ihrer Mitte stand eine Leiter mit einigen Bananen darauf. Wenn einer der Affen versuchte, die Leiter hinauf zu steigen, wurden die übrigen Affen mithilfe einer Apparatur mit kaltem Wasser besprüht. Die Affen lernten nun die Lust auf die Bananen zu unterdrücken und wenn doch mal ein Affe anstanden machte, auf die Leiter klettern zu wollen, prügelten die anderen Affen auf ihn ein und verhinderten so ihre unfreiwillige Dusche. Nach einiger Zeit wurde ein Affe durch einen neuen Affen ersetzt. Als der neue Affe die Bananen sah und auf die Leiter klettern wollte, stürzten sich die anderen Affen auf ihn. Der neue Affe konnte die Reaktion seiner Mitaffen nicht verstehen, verzichtete von nun an aber auf das hinaufkletternde Leiter. Nach und nach wurden nun auch die restlichen alten Affen gegen neue Affen ausgetauscht. Einer der neuen Käfigbewohner war unser Freund Alfred. Als nun Alfred die Bananen sah und sich der Leiter näherte, schlugen ihm die anderen Affen eine Beule an den Kopf. Die Wasserspritzapparatur war zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr in Betrieb. Wie also konnte es zu Alfreds Beule kommen? Bei dem Wissen zu den Folgen des Leiterhochkletterns wurde von keinem der Affen hinterfragt, ob dieses Wissen noch aktuell oder veraltet ist. Alfred macht sich jetzt Sorgen, dass er in seinem künftigen Job ähnlich schmerzhafte Erfahrungen machen könnte. Er informiert sich und es schnell erleichtert. Sein künftiger Arbeitgeber ist nach der DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Die fordert, beim Umgang mit sich ändernden Erfordernissen und Entwicklungstendenzen muss die Organisation ihr momentanes Wissen berücksichtigen und bestimmen, auf welche Weise jegliches notwendige Zusatzwissen und erforderliche Aktualisierungen erlangt oder darauf zugegriffen werden kann. Alfred kann sich also sicher sein, dass in einer lernenden Organisation zu diesem Zweck funktionierende Prozesse existieren. Dass beispielsweise die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Verwaltung und gegebenenfalls Löschung oder Aktualisierung von Wissen klar geregelt sind und beispielsweise beim Leiter von Kompetenzzentren liegen. Dass sogenanntes vergessenes Wissen, dessen Weitergabe durch mangelnde zeitliche Verfügbarkeit oder mangelnden Willen der Wissensträger nicht eigenständig, selbsttätig zustande kommt, erkannt wird und Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Dass die zeitliche Gültigkeit oder auch Halbwertszeit des Wissens bewertet wurde. Und dass Normen und Gesetze in der aktuellsten Version vorliegen und etwa Fachzeitschriften die relevanten Adressaten erreichen.